Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Ich denke, tolle Veranstaltung, tolle Leute kennengelernt, tolle Gespräche gehabt. Ich möchte heute ein bisschen was über Reporting erzählen und zwar im Speziellen über Visualisierung. Was machen wir so den ganzen Tag? Wir schreiben teilweise Bücher, zum Beispiel dieses, es heißt Visual Business Analytics und wie der Name schon sagt, es ist relativ schwierig auszusprechen. Und es ist dieses typische, man schreibt ein Buch, legt es auf die Zeitschiene und sagt sich, ein Jahr machen wir so ein bisschen am Wochenende, kein Problem, haben das dann gemacht, schreiben schnell dieses Buch. Ja, es hat dann drei Jahre gedauert. So, jetzt haben wir dazugelernt und haben gemerkt, Bücher selber schreiben ist sehr, sehr anstrengend, deswegen lassen wir jetzt unsere Kunden schreiben. Das ist eher das, hier müssen Sie wissen, das ist so das Theoriebuch, da können Sie viel tief reinlesen, das geht richtig ins Detail, vielleicht keine Bettlektüre. Hier wird so eher das Praxisbuch, wo unsere Kunden, so die Berliner Sparkasse ist dabei, Roche ist dabei, sonst auch noch tausende von Leuten, die Bundeswehr und so die, also irgendwie 14 Experten werden dort ihre Projekte vorstellen und warum Visualisierung überhaupt wichtig ist. Ja, ich habe schon angefangen, was machen wir außer Bücher schreiben? Wir machen ein bisschen Beratung, wir sind immer ganz kurz bei unseren Kunden, geben dazu Workshops und wir bilden aus und geben Seminare. So viel zu uns. Jetzt natürlich, wenn Berater und Forscher aufeinandertreffen, wie es damals im Buch war, Professor Dr. Kohlhammer hat dieses Buch mit uns geschrieben, vom Fraunhofer-Institut. Wenn dann sich Berater und Forscher zusammensetzen, dann kriegen Sie ein Modell. Keine Angst, das ist das einzige Modell, das ich Ihnen heute zeige. Dieses Modell müssen wir aber einmal durch, um zu verstehen, worüber reden wir denn eigentlich. Oben sehen Sie Information Design. Information Design ist das für mich, was Sie hier gerade sehen. Sie können nicht interaktiv auf diese Folie jetzt irgendwie einwirken. Sie müssen das so hinnehmen, wie ich Ihnen das präsentiere. Ich habe das so aufbereitet, so dass Sie das verstehen. Visual Business Intelligence, wieder so ein schwieriges Wort. Hier in der Mitte ist in dem Moment, wenn Sie interaktiv was machen können, wenn Sie also BI-Anwender sind, wenn Sie sagen Filter, Drilldowns, Sie kennen das alles. Und das Letzte ist Visual Analytics. Wir haben es heute schon so oft gehört, ich wiederhole es aber auch nochmal. Wenn Data Scientists auf Big Data explorativ Daten auswerten. Darum geht es heute nicht. Das macht immer mein Freund, der Professor Dr. Kohlhammer. Es geht aber um die ersten beiden Bereiche, wo ich Ihnen heute ein bisschen was zeigen möchte und was es bedeutet, in einem Dashboard gut zu visualisieren. Was sehen Sie? Bitte sagen Sie nicht Flasche. Was sehen Sie? Rufen Sie laut rein. Traut sich keiner. Der korrekte Ausdruck politisch ist das liebende Pärchen. Wer sieht alles, das liebende Pärchen? Wer sieht Delfine? Sie sind Delfine, Delfine? Also hier ist ein Delfin, hier, da ist ein Delfin, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Wenn wir das jetzt Kindern zeigen würden, würden die nur die Delfine sehen, nicht das liebende Pärchen. Also wenn sie nur die Delfine sehen, haben sie entweder lange in Informatik studiert, dann wahrscheinlich, dass das so passiert ist. Oder Geisteswissenschaften oder was auch immer. Auf jeden Fall, es ist immer so, je nachdem, wie unser Erwartungshorizont ist, so gucken wir auf Daten. Wir als erwachsene Menschen sagen Sex, oh, hingucken. Kinder sehen die verspielten Delfine. Und so ist es auch, wenn Sie an Ihren CFO reporten. Ist das so ein Vertriebsmensch? Wird der immer sagen, boah, Zielerreichung, extrem wichtig. Wie ist das denn so nach meiner Region? Umsätze, Produkte. Haben Sie ein CFO, der halt stark getrieben ist von Kosten, stark getrieben ist, wo sind Einsparungen möglich? Dann in dem Moment passiert Folgendes, Sie müssen Ihr gesamtes Reporting auf einmal umstellen. Weil der eine wollte das sehen, der andere wollte das sehen. So, meine These dazu ist immer, machen Sie das Reporting für die Entscheider und machen Sie es nicht adressatengerecht. Machen Sie es nicht immer genau auf die Person. Personen ändern sich. Personen sind anders. Personen haben irgendwelche Vorstellungen. Personen sind nicht berechenbar. Entscheiden Sie, was ein gutes Reporting ist. Wir hatten heute den Ausdruck Controller 4.0. Der Controller 4.0 ist für mich jemand, der strategische Entscheidung beim Management herbeiführt. Und nicht irgendwie ein Excel-Zahlen-Geraffel-Typ, der da irgendwo rumsitzt und irgendwelche schönen Bildchen macht. Daher auch der Aufruf, entscheiden Sie selber, wie Ihr Reporting aussehen soll und nicht immer nur der Empfänger. Hier eine Frage. Welcher Standort hat den höchsten Umsatz? Das bin ich hier. Dramatisch. Ich weiß mit dem Licht. Können Sie die Frage nicht so schnell beantworten, wie Sie ich ihn stelle. Wenn ich Sie nochmal frage, welcher Standort hat den höchsten Umsatz? Einige können das meistens dann immer. Schwierig, weil Sie müssen die Tabelle von oben bis unten lesen und sich jede Zahl merken. Wenn ich Sie jetzt nochmal frage, welcher Standort hat den höchsten Umsatz? Nürnberg. Ist relativ einfach. Wie kommt es, dass Sie da die Frage sofort beantworten können? Weil Sie gucken, bei größter Umsatz, A, längster Balken. Während Sie hier sich alle Zahlen angucken müssen. Das ist der Grund, warum wir visualisieren. Und wir sind unheimlich schlecht als Mensch, uns Zahlengrößen vorzustellen aus Tabellen. Wir vertrauen Tabellen unheimlich. Aber wir sind unheimlich schlecht damit umzugehen. Folgendes Beispiel soll es zeigen. Sie sehen hier verschiedene Länder und Sie sehen eine Fläche. Die Fläche ist mal 1000 Quadratkilometer angegeben. Was würden Sie denn schätzen, wenn Sie diese Werte sehen? Wie groß ist der Kontinent Afrika? Sie können es auch im Verhältnis angeben. Sie müssen jetzt nicht genau die Zahl. Was würden Sie so tippen? Die Frage ist ja nicht schwer. 9000? Andere Meinungen? Größer, kleiner? Wie viel? 18.000? Alle Länder, die Sie sehen, passen in Afrika rein. Die Tendenz ist immer so, ich mache das jetzt seit fünf Jahren. Immer wird so kleingeschätzt, tendenziell. So, ich möchte Ihnen jetzt überhaupt gar keinen Erdkundeunterricht hier geben. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist, Visualisierung schafft Aha-Effekte. Meistens ist der Effekt hier, boah, ganz schön groß. Und links, Tabelle, schwierig. Die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, war nicht schwierig. Wirklich nicht. Wie viele Bälle sind das? Wie viele Bälle sind das? Ich habe Ihnen immer dieselbe Anzahl an Bällen gezeigt. Nur einmal so, völlig unstrukturiert. Jeder macht das, was er möchte. Und einmal mit einer festen Struktur. In dem Moment, wenn man sogar einen Leitfaden noch gibt, das zu lesen ist, kann ich die Information viel schneller aufnehmen. Jetzt, wir sind auch gleich durch, Sie haben es auch gleich geschafft. Suchen Sie das blaue T. Sind Sie bereit? Einmal noch. Jetzt freuen Sie sich, ne? Das kann jeder. Suchen Sie den Slash, auch genau dasselbe, sehen Sie sofort. Womit hängt das zusammen? Wenn etwas von der Norm abweicht, gucken wir da zwangsläufig hin. Wir sagen, ah, blaues T, müssen wir hingucken. Und da ist Farbe ein sehr starkes visuelles Mittel, wo man hinguckt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie haben ein feuerrotes Logo rechts oben. Jedes Mal, wenn die Folie wechselt, gucken Sie zuerst auf das feuerrote Logo. Was erfahren Sie im internen Berichtswesen? Sie erfahren, wo Sie arbeiten. Das haben Sie im Zweifel vielleicht auch vorher gewusst. Warum Sie Farbe sinnvoll einsetzen sollten, zeigt dieses Beispiel. Wie viele Dreien sind das? Ich weiß, Sie können es nicht beantworten. Mit Farbe schon. Also vertun Sie sich nicht de facto Farbe in Ihrem Reporting. Und das wendet man auch auf Diagramme an. Kurze Frage. Wer kennt Dr. Hichert? Mal Handzeichen, bitte. Wie viele von denen, die Handzeichen gerade geben, arbeiten in einem Unternehmen, wo dieses Hichert-Success-Konzept, IBCS heißt es jetzt, eingeführt und umgesetzt wurde? Ui. Also, gerade eben, drei Viertel haben sich gemeldet, zwei haben gesagt, Sie haben es. Warum ist es so schwierig, dieses Konzept einzuführen? Ich zeige es Ihnen kurz mal, für die, die es nicht kennen. Der sagt Folgendes. Vorwerte sind grau, aktuelle Werte sind schwarz, Planwerte sind hohl und Prognosewerte sind schraffiert. Sieht folgendermaßen aus in einem Diagramm. Sie haben links, können Sie auf einen Blick sehen, das sind meine Vorjahreswerte. In der Mitte haben Sie Ihres realisiertes Ist. Daneben haben Sie dann den hohen Plan. Sie merken das Wortspiel. Und rechts haben Sie den Forecast. Oben drüber haben Sie Abweichungen. So, das ist relativ strapazierfähig, dieses Konzept, das er da anbietet. Sie können nämlich auch Planabweichungen oben in den Abweichungen beispielsweise schon direkt ausweichen, nur wie Sie es darstellen. So, was ist so oft die Realität? Wie sieht es so aus? Das ist der Geschäftsbericht einer großen deutschen Bank aus Quickborn entnommen. Da hat man sich gedacht, boah, wir sind eine Bank, machen wir doch mal diese Münzen. Das sieht doch gut aus. Und dann am besten noch in 3D im Diagramm. So, egal, was Sie heute mitnehmen aus meinem kleinen Vortrag hier und sagen, ja, der Wiener hatte ein paar kernige Sprüche und das mit der Flasche war ganz witzig. Tun Sie mir einen Gefallen, nutzen Sie nie wieder 3D-Charts. Laut einer Studie, die wir durchgeführt haben mit dem Fraunhofer-Institut, haben wir festgestellt, dass die Leute siebenmal schlechter 3D-Charts sehen können als 2D-Charts. Also es gibt keinerlei Rechtfertigung für 3D-Charts. Außer sind es unseriös und albern. Sie müssten sich Folgendes vorstellen. Sie schreiben Ihrem CFO oder wem auch immer eine E-Mail und sagen sich, boah, weiß, ist der Hintergrund, schwarze Schrift, ist das langweilig, der braucht das visuell ansprechend. Nehmen Sie WordArt, setzen das 3D, machen da Farben rein, Corporate-Schrift, können Sie alles tun. Macht kein Mensch. Und schicken das hin. Der wird sagen, so was albern ist, was soll das denn? Bei Diagramm, wir alle hemmungslos. Und so sieht das halt aus. Bedeutet, Sie müssen sich entscheiden, wollen Sie Diagramme, die einer festen Notation folgen, nämlich wie die Musiker Sie schon immer haben, wie Prof. Dr. Hichert auch anmerkt, die Architekten, Ingenieure etc. Oder wollen Sie weiterhin Entchen machen? Entchen sind Corporate Design, Entchen sind, oh, das muss ansprechend sein, das muss lustig sein, das muss Spaß machen, das muss entertainen. Heißt, hier haben Sie eine feste Notation im Unternehmen, wie die auch immer geartet ist. IBCS ist da eine schicke Geschichte bei. Oder Sie machen weiterhin Entchen. Deswegen führen Sie ein Notationskonzept bei sich ein, ob Sie das jetzt selber schreiben, runterladen, das mit uns machen, wie auch immer, völlig geschenkt. Aber machen Sie einmal einen kleinen Guide, wie Sie richtig visualisieren. Fragen Sie sich das mal. Standardisieren Sie Sachen. Sagen Sie, so mache ich das in Zukunft. Hier habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, wo Sie einmal sehen können, wie so eine Entwicklung ist, wo so die härtesten Fehler sind. Das machen wir hier mal im Schnellverfahren. Das Logo oben ist so gewählt, dass Sie nicht erkennen können, woher das kommt. Kurz die Highlights. Wir machen das kurz. Also, bitte keine grauen Dashboard-Hintergründe. Wenn Sie das wollen, kaufen Sie sich einen schlechten Bildschirm. Der macht dasselbe. Dann alles, was Dekoration ist, Corporate Design, am besten erstmal raus. Lenkt sowieso nur vom Inhalt ab. Dann nehmen Sie kleinere Schriftarten. Es gibt dieses schöne Buch, das ich sehr verehre. Gene Selassny, alter McKinsey-Berater, wie aus Zahlen Bilder werden. Und der hat einen einzigen Fehler in dem Buch. Der hat gesagt, PowerPoints und irgendwelche Präsentationen müssen Schriftgröße 26 im Header haben. Seitdem machen alle Leute immer diese große Geschichte. Sie stehen da ganz hinten. Können Sie das lesen hier? Sie müssen jetzt Ja rufen. Ja. Schriftgröße 12, Calibri. Also funktioniert hervorragend, wenn Sie die Seiten dementsprechend aufräumen. Dann am besten Farbe raus. Dann nehmen Sie Redudanzen raus. Umsatz steht ja schon oben. Dann merken Sie sich, wenn Ihre Diagramme eine Legende haben, sind es schlechte Diagramme. Sie machen Legenden immer nur dann, wenn Sie merken, oh, ist das unübersichtlich geworden. Das kann ja keiner sehen. Da muss ich eine Erklärung geben. Das ist wie so eine Fußnote. Da müssen Sie halt was erklären. Legenden komplett aus Ihrem Reporting raus. Dann als nächstes Rahmen braucht meistens auch kein Mensch. Führungslinien brauchen Sie nicht, weil Y-Achsen doof sind. 3D hatten wir, nehmen Sie raus. Skalieren Sie auf einer Seite immer einheitlich. Sie müssen jetzt nicht überall gleich skalieren. Darum geht es mir gar nicht. Aber auf einer Seite können Sie jetzt nämlich sehen, Berlin und Hamburg hat denselben Wert, was hier gerade visuell eine andere Geschichte ist. Und gerade wenn Sie schnell was überfliegen, fallen Sie auf diese Skalierungsgeschichte immer rein. Visuell ist stärker als die Zahl. Dann nehmen Sie die Y-Achse raus. Dann überlegen Sie sich mal die Sprache. Wir haben eine Mitarbeiterin, die macht bei uns nichts anderes als bringt Kontrollern und Beeilern den ganzen Tag Deutsch bei und Englisch, wie man richtig berichtet. Also das ist ein Geschäftsmodell. Es funktioniert. Darstellung der Umsatzentwicklung pro Jahr nach Standort. Dass das eine Darstellung ist, wer hätte es für möglich gehalten? Umsatzentwicklung? Ach was, das ist eine Entwicklung? Pro Jahr, habe ich vielleicht selber gesehen, nach Standort zugegeben. Wenn Sie Ihre Standorte nicht kennen, kann das mal Sinn machen. Schreiben Sie oben drüber einfach nur Umsatz. Dann in Millionen Euro benutzen Sie bitte die DIN-Norm 4217 von der Frankfurter Börse. Da ist es genormt einmal. Und schreiben Sie nicht einmal das Eurozeichen, einmal irgendwas anderes oder so. Nutzen Sie die einfach und machen bitte folgendes. Führen Sie ein Titelkonzept rein, oben die Beschreibung. Das zweite die Einheit, in der Sie das unten zeigen, ob das Stückzahlen sind, Euro, Schweizer Franken oder was auch immer. Und dann den Zeitraum, der unten zu sehen ist. Und das auf jeder Berichtsseite, in jedem Dashboard, überall kann man oben sofort sehen, was ist es und wie kann ich es dann vielleicht unten irgendwie genauer analysieren. Das kann übrigens jedes BI-Tool. Das ist nicht immer die Frage nach dem BI-Tool oder nach der Lösung. Das sind kleine, feine Sachen, wo man sich einmal hinsetzen muss, es einmal ordentlich machen muss. Dann nehmen Sie die Farbe am besten raus. Die brauchen Sie für gewöhnlich nicht. Wenn Sie ein Streber sind, machen Sie auch die Hichert-Notation noch drauf. Dann sehen Sie, ach, mein Ist ist 2013, meine Vorwerte sind 2011, 2012, 2014 ist mein Plan. Dann, wenn Sie so viel Platz haben, können Sie sich überlegen, wollen Sie das oder wollen Sie lieber das? Wenn Sie das lieber wollen, bin ich vielleicht der Falsche, aber na gut. Und jetzt haben Sie Platz und jetzt können Sie Kommentierung machen. Bei meinen Kunden wird immer mehr nach Kommentierung geschrien. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte geworden. Kommentierung machen Sie am besten, indem Sie sich den blauen T-Effekt zunutze machen. Nämlich hier die Eins und dann haben Sie hier die Eins und dann wissen Sie, warum rechnen wir damit, dass in Hamburg der Standort steigt. Dann ist es hier erklärt. Schicke Geschichte. Oder Sie sagen, Sie haben Platz. Nehme ich doch einfach alle meine Standorte drauf. Zeigen Sie viel. Dazu möchte ich heute auch definitiv aufrufen. Jetzt höre ich oft, Herr Wiener, es ist viel zu viel. Das erschlägt mich so. Ich kann das nicht. Dann sage ich immer, können Sie das auch nicht lesen. Hier sind 365 Daten drauf. Sie glauben nicht, wie ärzend es war, es zu zählen. Es sind 365 Daten drauf. Das ist der U-Bahnplan von Hamburg und ich fahre morgens hier vom Borgweg Winterhude, fahre ich immer in die Schanze. Und warum kann ich das lesen? Weil ich mich auf eine Sache konzentriere und alle anderen Sachen ausblende. Wir als Menschen sind unheimlich gut darin, Dinge uns zu fokussieren und dann andere Dinge herum auszublenden. Wir meinen nur immer, es dürfte nicht viel auf eine Seite. Wir können das extrem gut in Wirklichkeit. Dann mit Tabellen exakt dasselbe. Wer hat so eine Tabelle bei sich im Unternehmen? Ich war neulich bei Siemens in der Schulung und wurde mir gesagt, Herr Wiener, wir haben eine grüne Tabelle. Das meine ich nicht. Also irgendwie so in dieser Art eine Tabelle. Da schlage ich auch vor, nur mal kurz, selbe Geschichte. Wir machen das jetzt nicht im Ganzen. Zeigen Sie doch einfach mal eine visuelle Tabelle. Eine visuelle Tabelle funktioniert. Es ist dieselbe Tabelle, die Sie gerade gesehen haben, nur mit dem Unterschied, dass Sie hier die Abweichung einmal visuell dargestellt haben und hier die Abweichung prozentual in so einem Nürbsi-Diagramm. Dann können Sie halt daran sehen, wie es ist. Sagen wir mal so, wenn Sie morgen anfangen möchten mit dem Thema Information Design. Das ist ein Gewinner. Also das können Sie jedem vorstellen. Das findet jeder cool. Das ist akzeptiert. Es geht schnell rein. Wenn Sie das haben, versuchen Sie die nächsten Schritte weiter zu gehen und räumen Sie auch das auf. Wichtig hier oben wieder das Titelkonzept. Ganz wichtige Geschichte. Und dasselbe gilt für Dashboards. Jetzt geben Sie mal Dashboards bei Google ein. Passiert Folgendes. Tachos, Ampeln, warum die doof sind, erzähle ich Ihnen heute nicht. Aber trotzdem, das ist so das Ergebnis, das man da so sieht. Jetzt haben wir mal gefragt in einer Studie vor ein paar Jahren, welches Dashboard-Kennzahlen-Cockpit würden Sie in Ihrem beruflichen Alltag vorziehen? Und da haben wir einmal so das Best-of gemacht, was so die Produkthersteller damals beworben haben. 3D-Kreisdiagramme, schwarze, coole Hintergründe, Kombinationsdiagramme und haben mit demselben Datensatz das so ein bisschen nach Hichert gemacht. Und haben gesagt, was willst du denn sehen? Da haben dann nur Controller und Beiler damals teilgenommen an dieser Umfrage. 229 Leute haben darauf geantwortet. Und 166 haben gesagt, sie finden das Ding besser. Jetzt heißt es immer, die da oben wollen das so. Das sind alles kleine, dumme Spielkinder, die wissen das nicht besser, die wollen entertaint werden und so weiter. Das kannte ich, das Argument. Deswegen haben wir in der Studie Folgendes gefragt, sind Sie Empfänger von Dashboards oder Ersteller von Dashboards? Kein einziger, der sich als Empfänger eines Dashboards bezeichnet hat, war hier unten zu finden. Das waren also nur diese Erstellernasen, die nämlich ausprobieren, was geht denn alles? Boah, ja, machen wir mal, das findet ihr bestimmt cool. Die meisten wissen gar nicht, dass es auch anders geht. Dann kam das iPhone auf dem Markt. Ich bin ein riesen iPhone-Fan, müssen Sie wissen. Und da sitzt so ein Typ in einer Krawatte im Anzug und sitzt in so einem Café und soll jetzt mobil eine Entscheidung treffen. Da hat er so ein Diagramm und dachte ich, jetzt steht er auf, guckt das Diagramm an, geht raus und sagt, China schließen. Was macht Apple? Sie können es mit dem Finger in 3D ziehen. Das ist das, wie die Produkthersteller sich bewegen. Heute, Gott sei Dank, mal rechts hinten am Stand vom Board. Eine schöne Lösung gesehen, wie es halt Richtung Information Design geht, wie man sich darüber Gedanken macht. Bitte lassen Sie diesen Spielraum. Kaufen Sie sich eine Xbox. Da geht das auch nicht. Aber machen Sie halt das zu Hause und als Entscheider nicht irgendwie an der Arbeit. Dann benutzen Sie bitte niemals Scrollbalken in Ihren Dashboards. Scrollbalken führen dazu, dass Sie nur das, was Sie hier sehen, als unheimlich wichtig erachten. Sie nehmen das wichtiger wahr als was anderes. Also wenn ich das mal vergrößere, Sie gucken das immer wieder an. Kein Mensch benutzt einen Scrollbalken. Niemand. Lassen Sie es ein. Zeigen Sie immer so viel auf einmal. Folgendes Beispiel soll das zeigen. Was sehen Sie? Bitte sagen Sie nicht Delfine. Wenn Sie gut sind, sagen Sie Indien. Vielleicht küssen die sich beide gleich. Wenn ich Ihnen das ganze Bild zeige, sehen Sie, die laufen nur aneinander vorbei. Heißt, nicht Ausschnitte zeigen mit dem Scroll, sondern immer so viel auf einmal. Das ist ein Change. Wir hatten das Wort heute oft. Im Mindset. Wir tendieren dazu, Dinge einfach, banal und sowieso zu machen. Wenn Ihr Geschäft einfach und banal ist, dann nehmen Sie eine Ampel. Wenn das einfach und banal ist, machen Sie eine Ampel. Alles grün, super, läuft. Wenn Ihr Geschäft komplex ist, zeigen Sie die Komplexität. Nutzen Sie dazu auch gerne mal Microscharts. Microscharts sind aus meiner Sicht völlig unterschätzt und im Dashboard ein schönes Mittel. Sie haben eine Übersicht. Sie sehen, der Abbott ist hier irgendwie abgeraucht. Klicken darauf und jedes BI-Tool kann Ihnen dann in der Vergrößerung dann das Chart zeigen. Also fangen Sie an, anders zu denken. Microscharts für die kurze. Ist mein Abbott, denn sie hat sich schlimm bewegt? Ist da irgendwas los? Ja, interessiert mich rein? Machen. Und nicht dieses Diagramm am Anfang groß, sondern zeigen Sie Zusammenhänge auf. Wichtig dabei ist das Storytelling. Das Storytelling für Dashboards haben wir eingeführt bei einem großen Automobilhersteller in München. Fängt BB an, hört BB auf und haben gesagt, unterscheidet doch mal, was ihr habt. Und dann sind wir dazu gekommen, operatives Dashboard, strategisches Dashboard, analytisches Dashboard. Sie müssen sich erst mal fragen, wer braucht dieses Dashboard wofür? Es heißt immer so, wir brauchen ein Sales-Dashboard. Fragen Sie mal, warum? Wofür? Was macht er damit? Und dann haben wir Rollen definiert. Wir sagen, der Stratege, Vorstände brauchen das Big Picture. Die brauchen Visualisierung. Dann der Allrounder, das sind so Leiter Controlling, Leiter BI, solche Typen, wo man immer nicht genau weiß, was die eigentlich den ganzen Tag machen. Sie kennen das, Führungskräfte meistens. Die so die Allrounder sind und die hier so stehen tierisch auf die visuelle Tabelle. Und dann gibt es so die Controller-Analysten, die so ganz tief reingehen und so auf Einzelartikelebene was gucken. Definieren Sie mal die Rollen und machen Sie das jedem Einzelnen zugänglich. Das ist keine schwierige Aufgabe. Das ist nicht, das brauchen Sie kein Tool für. Da müssen Sie sich nur einmal Gedanken machen. Daraus abgeleitet empfehlen wir folgenden Baum. Der Baum sieht so aus. Sie haben hier eine Landingpage, dann haben Sie eine erste Overview, dann haben Sie eine Detailview und dann haben Sie Detailview 2 und hier ein Spezialtool. Bedeutet, wir empfehlen, schön aufgeräumt, schön sauber, machen Sie Kacheln. Zum Beispiel diese neuen Kacheln mit neuen KPIs. Gehen Sie dann als BI-Leiter zu den Fachabteilungen und sagen, du darfst dir jetzt neun KPIs aussuchen. Welche möchtest du gerne reinhaben? Dann sagt er, oh, ich habe aber zehn. Das sagen die immer, haben Sie nicht. Machen Sie das ruhig mal. Neun reichen vollkommen aus. 15 Zoll Bildschirme funktioniert super. Wenn Sie weniger KPIs haben, dann ziehen Sie das nicht auf die gesamte Seite, sondern bleiben Sie dort so. Weil es könnte ja mal im Laufe der Zeit eine KPI dazukommen. Dann können Sie einfach eine Kachel dazu bauen. Ob das ein eigenes Dashboard ist, ob das irgendwas ist. Sie vertun sich damit aber nichts. Das ist immer sehr ungewohnt für meine Kunden. Die sagen immer, das geht doch nicht, wir müssen den ganzen Platz ausfüllen. So mag das kein Mensch. Holen Sie mal Ihr iPhone raus und Sie werden sehen, dort wird auch nicht der ganze Platz skaliert, sondern es sind die Apps alle untereinander. Gutes Argument, wenn Sie das durchdrücken wollen. Dann füllen Sie das dementsprechend, machen Sie eine Vorschau, so eine KPI-View. Was wollen Sie als erstes sehen? Vielleicht zeigen Sie da auch schon an, was sich dahinter verbirgt. Dann sagen Sie sich, okay, jetzt gehe ich von der KPI-View. Hier klicke ich mal rein. Zack, gehe ich hier in meine nächste Ebene. Und da zeige ich in dieser Overview-Ebene nur Diagramme. Ob das zwei sind, vier sind geschenkt. Und dort gehe ich dann hin und sage, es ist mein KPI Revenue Global. Und wir arbeiten immer gerne mit den Navigationsfaden. Ziehen Sie so Navigationsfaden durch. Dann sehen Sie, okay, das ist es. Sie sehen, hier ist eine Hichert-Notation drauf in Corporate Design-Farben. Oben haben Sie wieder Ihr Titelkonzept. Ohne geht es nicht. Jetzt wollen Sie aber ein Detail sich angucken. Dann klicken Sie halt hier auf Germany, kriegen das vergrößert und gehen halt seitwärts in so ein Pop-Up. Gucken sich nur das an. Und wenn Sie zurück wollen, gehen Sie wieder zurück und gucken sich die nächste Ebene an, gehen auf die nächste Detailseite. Und da sagen wir, machen Sie immer dann eine visuelle Tabelle. Man muss nicht alles visualisieren. Es muss nicht so. Sie kommen nur Probleme, wenn Sie den ganzen Tag anfangen, alles zu visualisieren. Machen Sie nur die Topview visuell. Dann die visuelle Tabelle. Und Sie ahnen es, die nächste Geschichte ist, dann gehen Sie runter auf eine Tabelle. Und nutzen Sie die Navigationsfaden, die sind viel besser als irgendwelche Menüleisten. Und jetzt, wenn Sie da sind und immer noch nicht weiterkommen, dann malträtieren Sie nicht das BI-Tool, dann lassen Sie dem armen Controller doch in dem Moment sein Excel soll Export machen, zack, diese eine Sache schnell mal aufbereiten. Aber versuchen Sie nicht immer diese eine kleine Sache zu nehmen und die dann immer völlig für alle Möglichkeiten, die jemals passieren. Sie haben Dashboard-Wildwuchs. Es ist immer eine Katastrophe. Lieber so und dann gelegentlich mal brechen, wenn Sie es wollen. Also es gibt ja Entscheidungen dafür. Sie müssen das nicht immer starr machen. Aber erst mal ein Konzept überlegen, wie Sie es machen wollen. Vielleicht erschlagen Sie 80 bis 90 Prozent damit. Und dann nur, wenn diese Details kommen, dann damit brechen. Picasso war ein herrlicher Landschaftsmaler, konnte das auch allen Regeln der Kunst und hat dann immer genau gebrochen mit seinen Bildern, wenn er es wollte, bewusst. Also machen Sie sich erst die Regeln zunutze, dann brechen Sie mit den Regeln. Schöne Visualisierung, wir haben sie ein paar Mal gesehen, eignet sich bei Vorständen hervorragend als Einstiegsseite. Sie sehen hier einen Baumarkt. Ein Baumarkt, der hat verschiedene Segmente. Garten, Baustoffe, Farbe, Holz, Sanitär, Werkzeug, Lampen, Elektro und Auto. Und die Größe des Rechtsecks zeigt die Größe des Umsatzes. Hier sehen Sie also, Garten macht das meiste Geld an diesem Baumarkt, den meisten Umsatz. Die Produktgruppe ist hier abgebildet, Pflanzen. Da sehen Sie, wie groß ist der Umsatz der Produktgruppe. Im Garten das Größte und auch generell das Größte. Und Sie sehen, es ist feuerrot, vielleicht Abweichung zum Vorjahr. Klicken Sie jetzt rein und dann können Sie in die Detailanalyse gehen. So kriegen Sie immer Ihr Geschäft einmal komplett abgebildet und können einmal sehen, wo stehe ich gerade. Mit so einem Auto rein geht sowas gut. Wer verdient eigentlich das Geld? Und solche Geschichten. Wird leider viel zu selten genutzt. Ich freue mich total, dass ich es heute ein paar Mal hier bei Bord gesehen habe. Tolles Tool, tolle Geschichte. Gibt es schon 20 Jahre, kein Mensch nutzt es. Dann, ob Sie eine Rot-Grün-Schwäche haben, können Sie jetzt eben testen. Wenn Sie die Zahl lesen können, dann haben Sie keine. Wenn Sie eine Frau sind, haben Sie auch keine. Wenn Sie Mann sind, jeder Zehnte dürfte das nicht sehen können. Dann machen Sie blau und gelb. Also so sieht das ungefähr aus, wenn Sie eine Rot-Grün-Schwäche haben. Uncool. Ich habe immer einen Vorstand, der eine Rot-Grün-Schwäche hat. Das ist immer so. Insofern machen Sie blau und gelb, damit es geht. Zu guter Letzt, was ich nochmal zeigen möchte, wenn Sie einmal draufdrücken würden, nur aufs Bild, zeige ich Ihnen zwei Bilder. Und die sind immer durch so eine graue Wand, sind die einmal getrennt. Wenn Sie eine Veränderung der beiden Bilder feststellen, heben Sie mal die Hand. Rufen Sie nicht rein, heben Sie mal so die Hand. Das ist eklatant, die Veränderung, die ich Ihnen zeige. Da hinten der erste, sehr gut. Sehr gut. Langsam kommt es. Wenn Sie auf den Flügel gucken, wenn Sie auf die Turbine gucken, wenn Sie hier hingucken. Womit hängt das zusammen? Das ist der sogenannte Change Blindness Effekt. Wir sind unheimlich schlecht als Mensch, wenn wir interagieren, uns zu merken, was wir gerade gesehen haben. Selbst in diesem banalen Beispiel können wir es nicht. Bedeutet, in einem Dashboard, immer wenn Sie interagieren, haben Sie alles vergessen, was Sie gerade gesehen haben. Deswegen schmeißen Sie Menüleisten aus Ihren Dashboards raus. Die braucht kein Mensch. Zeigen Sie nicht einzelne Werte, sondern zeigen Sie so viel Sie können und es irgendwie geht auf einmal. Jetzt können Sie nämlich vergleichen, ob Deutschland zum Rest oder hier zu Schweden, wie die so stehen, wie die Anteile sind und jetzt wieder umgekehrt, Sie wollen nur Deutschland sehen, klicken Sie in Deutschland rein. Und dazu neigen wir immer wieder, das anders zu machen. So, wie kriegen Sie jetzt so ein Notationskonzept, solche Sachen bei sich ins Unternehmen? Fragen Sie die Fachabteilung, liebe Fachabteilung, was willst du? Alles. Fragen Sie den Entscheider, sagt der, ich will ein iPhone, da soll es draufstehen. Fragen Sie die IT, sagen, geht alles nicht. So, jetzt können Sie überlegen, ob Sie Dienstleister nehmen, ich freue mich, aber müssen Sie nicht. Wichtig ist, dass Sie die Leute hier an einen Tisch bringen und dass einmal wirklich Standards gemacht werden. Und sei es erstmal nur das Titelkonzept, sei es nur, wir machen keine 3D-Charts. Sie werden merken, wie schnell Ihr Reporting wächst und wie Sie Chancen sehen und wie Sie Berichtsreduktion machen. Die Leute brauchen nicht immer alles. Das ist wichtig bei dem Thema. Starten Sie, kennen Sie wie immer, starten Sie klein, starten Sie nicht so. Ich kenne kein einziges Unternehmen, das von vorne bis hinten komplett Information Design durchgängig alles nach einer Richtlinie macht. Es soll ein paar geben, aber komischerweise geben die keine Auskunft. Sie wissen, wie das so ist. Lieben Dank. Vielen Dank.